Der Profi-Gigant ist eigentlich gar kein richtiger Schlüter. Besitzer Ludwig Streitberger hat ihn zwar auf einem Profi-Trak 3500 TVL aufgebaut, doch unter der Haube arbeitet heute ein MAN-Sechszylinder mit gewaltigen 650 PS. Um diese Leistung einmal zu fordern, hat Streitberger auf seinem großen Feldtag im Oktober ein ausgewachsenes Anbaugerät angehängt. Der Aufsattelpflug von Grégoire Besson ist ein Unikat. Bei insgesamt 20 Furchen kann man beim Zählen schon mal durcheinander kommen. Doch Streitberger ist gut vorbereitet. Er hat den Giganten mit Pneus der Größe 710 60 R42 achtfach bereift, um die MAN Diesel Power auf den Boden zu bringen. Dank Vierradlenkung ist das Gespann sogar noch halbwegs manövrierfähig und steuert zielsicher auf die Furche zu. Jetzt wird es spannend. Wenn alle Schare im Boden sind, hat der Pflug unglaubliche 10,5 Meter Arbeitsbreite. Doch der Gigant gibt alles. Trotz 20 Tonnen Eigengewicht hat er zwar noch ordentlich Schlupf, aber es geht zügig voran. Was für ein Bild. Das war früher eine gängige Spritzgestängebreite. 8 kmh bei 10,5 Meter Arbeitsbreite. Das sind über 5 Hektar pro Stunde. Da muss sich der große Bär sicher vor niemandem verstecken. Doch auch für Ludwig Streitberger wird der praktische Einsatz mit so einem Gespann wohl die Ausnahme bleiben. Über reale Nope. Untertitelung des ZDF, 2020